Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 8. Februar mit Zoe Tassovali. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Am Amtsgericht in Mühlheim ist heute der Prozess gegen einen Tanklasterfahrer gestartet. Der hat im September 2020 einen schweren Unfall auf der A40 verursacht. Er ist betrunken in ein anderes Auto gekracht. Das Gericht spricht von fast 1,8 Promille. Der Tanklaster geriet in Flammen, kippte um und blieb direkt vor einer Bahnbrücke liegen. Durch die Hitze des Feuers wurde die Brücke komplett zerstört. Die A40 in Mühlheim und die Bahnstrecke nach Düsseldorf waren mehrere Wochen für die Aufräumarbeiten gesperrt. Das Amtsgericht hat auch schon entschieden, ein Urteil also gesprochen. Der Lkw-Fahrer ist zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Außerdem muss er seinen Führerschein für fünf Jahre abgeben. Beim Prozess heute hat er sich mehrfach entschuldigt und gesagt, dass er seine Tat bereut. NRW passt die Corona-Schutzverordnung an. Ab morgen darf der Einzelhandel die 2G-Regel nur noch stichprobenartig kontrollieren. Der Essener Einzelhandelsverband hat kein Verständnis für die Lockerung der 2G-Kontrollen. Er fordert, dass 2G im Einzelhandel komplett abgeschafft wird, so wie auch in anderen Bundesländern, heißt es auf Radio Essen Nachfrage. Die Stichprobenkontrollen seien nur ein kleiner Schritt in Richtung Normalität. Man kann den Händlern aber nicht erklären, warum die 2G-Regel beim Shoppen überhaupt noch gelte. Das erklärte der Vorsitzende des Essener Einzelhandelsverbands Heistermann gegenüber Radio Essen. Die Infektionszahlen steigen auch bei uns in der Stadt immer weiter. Deshalb kann die 2G-Regel in den Geschäften laut dem Land noch nicht ganz abgeschafft werden. Es gibt neue Details von der Stadt zur Verteilung des neuen Corona-Impfstoffs von Novavax. Der Impfstoff ist ein sogenannter Totimpfstoff. Die Wirkweise schon lange bekannt. Deshalb haben viele die Hoffnung, dass sich auch Menschen damit impfen lassen, die alle bisherigen Corona-Impfstoffe ablehnen und bisher noch gar nicht geimpft sind. Emily Massenberg erklärt die geplante Verteilung. Drei Viertel aller Novavax-Impfdosen sollen bei uns in Essen da angeboten werden, wo es eine Impfpflicht gibt. Das betrifft zum Beispiel den medizinischen Bereich. 20 Prozent sind für alle reserviert, die eine Unverträglichkeit gegen andere Impfstoffe haben. Der Rest wird allen anderen zur Verfügung gestellt. Wann der Novavax-Impfstoff bei uns in Essen ankommt, ist noch nicht klar. Aktuell ist Ende Februar oder Anfang März geplant. Bei uns in Essen wird es trotz geplanter Sicherheitszonen keine größeren Karnevalsveranstaltungen geben. Das ist eine schlechte Nachricht für viele Jecken. Das Land planen für die Karnevalstage eigentlich räumlich abgegrenzte Brauchtumsgebiete innerhalb der Städte. Dort sollen strengere Corona-Regeln gelten als außerhalb. Das Festkomitee Essener Karneval sagt, dass man nichts übers Knie brechen wird. Man könne keinen Karnevalszug innerhalb von zwei Wochen planen. Der Festausschuss Kupferdreher Karneval will zumindest prüfen, ob es sich lohnt, noch etwas zu veranstalten. Die Kneipe Die Eule in Rüttenscheid wird am Rosenmontag nur eine geschlossene Gesellschaft zulassen. Es klingt ehrlich gesagt wie aus einem schlechten Actionfilm, ist aber hier bei uns in Essen tatsächlich so passiert. Spezialkräfte der Polizei haben in Stoppenberg eine Wohnung gestürmt, nur leider die falsche. Dabei wurde ein 25-jähriger Student überwältigt und gefesselt, dann aber sofort freigelassen, als die Beamten merkten, dass sie den falschen Mann haben. Der eigentliche Verdächtige konnte später im selben Haus festgenommen werden. Er soll Menschen an einer Schule hier bei uns in der Stadt bedroht und mit einem Messer hantiert haben. Als Entschuldigung hat der Student einen 50-Euro-Gutschein für einen Online-Handel bekommen und ein offizielles Entschuldigungsschreiben. Damit ist er aber nicht zufrieden, er verlangt vom Land Schmerzensgeld. Seit dem Vorfall könne er nicht mehr richtig schlafen und leider an Angstzuständen, heißt es. Die Politiker im Beschwerdeausschuss haben heute über den Schriftzug Essen, die Einkaufsstadt gesprochen. Der hängt ja hier bei uns in der Innenstadt. Die Buchstaben fallen aber immer wieder aus, sodass der Schriftzug immer wieder nur zum Teil leuchtet. Außerdem finden viele den Schriftzug inzwischen unpassend, weil sie die Innenstadt zum Einkaufen nicht mehr so gut finden wie früher. Mehrere Alternativen stehen schon im Raum, unter anderem eine LED-Wand oder ein Hinweis auf die grüne Hauptstadt Europas. In zwei Wochen soll im Rat über die Vorschläge weiter diskutiert werden. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht geht es windig und bewölkt weiter. Es regnet nur sehr wenig und kühlt außerdem nur leicht ab auf sieben Grad. Die nächsten Nachrichten aus Essen hört ihr dann wieder morgen früh ab sechs Uhr hier bei Radio Essen. Ich wünsche euch allen erstmal einen schönen Dienstagabend und später eine gute Nacht. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.